Hi Freunde, Servus, ich bin der Renton, wir spielen Ori and the Blind Forest weiter. Wenn ihr hier an dem Punkt angekommen seid, ist das ein Point of No Return. Wenn ihr also Achievements holen wollt oder sowas, dann holt ihr vorher. Das Spiel hat ein paar abartige Achievements übrigens, spielen ohne zu sterben. So, sorry, ich wollte jetzt nicht unterbrechen. Spielen ohne zu sterben, dann, was ist noch dabei? In drei Stunden das Spiel beenden. Also schon ein paar abartige Sachen. Eieieieiei, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Leck mich am Arsch. Ey, was trifft mich da die ganze Zeit? Ist das das Vieh da oben oder was? Da erscheint so. Oh, 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 oh. Oh, Moment, da ist eine Notification, die ich wegklicken muss. auf meinem laptop die genervt hat wie die sau so ich kann ja auch das lichting nicht benutzen das ist der boden der boden glüht auf und zieht mehr energie ab dann seht ihr das wenn der boden aufblinkt ja scheiße jo und ich bringe auch noch ins feuer fängt ja schon gut an der fahrt so jetzt aber mal drauf achten ob ich die flammen von dem als lichtquelle benutzen kann er sieht scheiße aus was mache ich jetzt ja das wollte ich jetzt nicht unbedingt ich wollte eigentlich diesen powersprung machen na also ich habe nur nicht mehr gewusst wie er geht gott ist das ekelhaft hier so meine fresse ajo ajo es geht weg und jetzt bin ich gekriegt oder was leck mich doch am arsch alter 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 leckere nein nein ja darauf sollte mal achten dass das mal dass man die dinger kaputt macht gott sei dank okay nach links sieht theoretisch nicht schlecht aus ich probiere es einfach mal wie komme ich jetzt nach oben kacke fuck der boden mann 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 hey das spiel macht mich so was von fertig das ist echt die hölle gerade ach da muss ich den powersprung machen genau okay pass auf jetzt aber so herunter so herunter kaputt kaputt fuck 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 schön langsam mein gott gott sei dank geh doch rein hallo mann oh mann oh mann oh mann oh mann schick schick gerade nicht so ganz ah guck mal da runter okay okay jetzt den weg wieder zurück ne ne reicht mir nie im leben ne 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 Das ist jetzt alles. So, ziehen und los. Speichern. Gott sei Dank. So, Feuer gestoppt, Junge. Oh Gott. Heiß, heiß, heiß. Ich vermute mal stark, muss ich zurück? Muss ich nicht zurück? Das ist jetzt eigentlich eine gute Frage, ne? Ne, sieht stark danach aus, dass ich zurück muss. Alles klar. Dann auf zur Türchen Nummer 2. Hopp, hoch. Boah. Wie lade habe ich schulde gegen Wada. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ist das ein asoziales Spiel, ey? Leck mich doch am Arsch. So. Das wäre geregelt. Sauber, jetzt können wir da weiter. Spiegel gespeichert, ich vermute, wir können da draufsteigen, ne? Die Frage ist, ob das jetzt so schlau war, ne? Ich glaube, das war eher dumm. Obwohl ich kann, ja, genau. Hahaha, das war so logisch. So. Hoch mit dir. Ah jo, ich hab sie nur ganz sanft berührt. Unglaublich. Äh, ah, ich kann nach rechts an die Wand, okay. So, truf. Alles klar. Lucky me. Das hätte eben auch ganz schön ins Auge gehen können. So, hier lieber mal speichern. Keine Chancen. So, du machst was du willst. Ich hau hier ab, so gut wie es geht. Zack. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Vielen Dank. Oh ja. Nix! Davon hat mir geholfen. Nix. Kann ich hier speichern, wenn das auf ist? Das wäre nice. Näh, kacke. Okay. Schön darauf achten, dass ich die nicht schon wieder kaputt mache. Guter Speicherpunkt. Wo bin ich? Hier geht es ja nirgends weiter. Äh. Okay, fuck it. Ich sterbe mal kurz. Lass mich da oben wiederbeleben. Verbirgt sich hier was hinten dran? Hm. Wo muss ich hin? Ich versuche mal ganz blöd hier alles zu killen. Und das hat das hier oben geöffnet. Saubere Sache. Wenn nix hilft, hilft Gewalt. Okay. Nächster Block unten. Geiler Scheiß. So, wie geht es weiter? Ah. So, wie geht es weiter? Ah. Ah. Doch. Akkede. Jawohl. Geil. So. Zack. Ungespeichert. Nee, kann ich nicht als Quelle benutzen. War logisch, oder? War logisch. So. Oh. Ähm. Pass mal auf. Ich hänge mich hier dran. Jetzt hänge ich mich da dran. Oh Gott. Oh, beim ersten Mal. Nice. Oh, nee. Hm. Ich lass' ich mal in Ruhe. Ich muss da lang. So. Und Tschüss. Das war Timing, ja? Aber ich befürchte, da oben ist nix. Oder doch? Oder doch? Mein Sunset Overdrive ist installiert. Hm. Zumindest ein DLC davon. Äh, wie geht's denn jetzt weiter? Ach, ich muss das weiter runter verschieben. Alles, alles gemacht. Alles gemacht. Ach, saubere Sache. Hm. Zack. Okay. Hahaha. Ich wollte speichern. Fuck, wie mach' ich denn das? Ähm. Komm mal runter. Oder muss ich hier runter? Ha. Da ist noch was versteckt. Hm. Okay, die Plattform. Doch, da ist sie. Aber das reicht nicht. Das reicht mir nicht. Das reicht mir nicht. Schmerz. So, drei Lebenspunkte hab' ich. Was auf gut Deutsch bedeutet, dass ich's nicht versauen darf hier. So, wie hier. Nice. Nein. Ach, guck mal da. Zack, 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 zack. Und raus. Och, Gott. Leute, wie's weitergeht, seht ihr im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen. Äh, sorry, wenn ich so arg konzentriert war, aber es war heftig, heftig. Nochmal danke und bis dann. Ciao. Tschau. Fuck. Musik.